So, Mahlzeit, wir waren gerade Mittagessen. Es ist eigentlich viel zu geiles Wetter zum in der Garage dahinten schaffen, aber wir machen das Beste draus. So, ich bin inzwischen schon wieder daheim. Das war es leider für heute, bloß ganz kleiner Ausschnitt, weil ihr solltet eigentlich aufs Festival kommen und euch das selber auch gucken, was mir da bestellt. Schöne Abend noch.